Das ist Tim. Tim fragt sich, warum hat ein Mikrofon eigentlich eine Vorderseite? Was er nicht weiß ist, dass es nicht egal ist, von welcher Seite man in ein Mikrofon einspricht, da diese je nach Einsatzzweck unterschiedliche Richtcharakteristiken haben. Die Richtcharakteristik gibt an, in welchem Winkel das Mikrofon Schall erfassen kann. Wie wir am roten Kreis erkennen können, nimmt eine Kugelcharakteristik Schall aus allen Richtungen gleichermaßen auf. Eine Achtcharakteristik hingegen nimmt Schall frontal und von hinten gleichermaßen auf, während seitlicher Schall stark gedämpft bis gar nicht aufgenommen wird. Eine Niere nimmt am besten frontal von der Vorderseite eintreffenden Schall auf und eignet sich deshalb besonders gut für Sprach- oder Gesangsaufnahmen. Tim weiß jetzt, dass ein Mikrofon auch eine Vorderseite besitzt und dass diese abhängig von der jeweiligen Richtcharakteristik des Mikrofons ist.